guten morgen heute ist mittwoch der vierte november 2015 und ich habe heute frei und hier ist schon wieder richtig dicke suppe am strand findet immer faszinierend wenn leute explizit mich grüßen und ich habe keine ahnung wer die sind passiert mir immer häufiger hier mit den kaiser wieder ein ruf eilt mir voraus oder so keine ahnung wie man kennen mich alle anscheinend aber ich habe keine ahnung wer sie sind wohl der der mich neben vom rathaus grüßte von beiden den kannte ich vielleicht keine ahnung war nur zu weit weg dass ich sehen konnte wer ist die im rathaus sitzen kennen mich dazu wahrscheinlich sowieso alle hängt wahrscheinlich so ein most wanted folk an der wand dankbar erkennt man mich ja wahrscheinlich auch aus großer entfernung keine ahnung ist mir doch egal nass kalt nebel und der hund will bewegt werden links kann ja gar nicht werfen wo sind die leute so doof guck da ist der stock da oben ist die mülltanne meist man unbedingt am strand muss denn es sein wenn sie schon zu faul sind den müll mitzunehmen dann sollen sie allerdings die fünf meter hier zu dem mülltanne ist doch nicht so schwer schaffe ich da jetzt auch das hat mich jetzt richtig zeit in der arbeit und kraftig ausfällt jetzt geht es schon fast wieder aber vorhin da richtig schöne nebelsuppe kalt ist es natürlich wieder ist anders kalt aber guck dir auch nicht ab wir halten davon entwasser zu springen nr 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020